Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer zum Telekolleg Marteburgisch for you Teil 3. Heute Grammatik Teil 2. Zu diesem Thema begrüße ich wie immer bei mir im Studio den Experten Matze Fest. Wer? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass der Genitiv und der Dativ im Magdeburgischen quasi nicht existent sind. Mal abgesehen vom Nominativ, dem ersten Fall, Herr Fest, benutzt der Magdeburger den sogenannten Börde-Einheits-Akkusativ. Das tut stimmen. Und den erweiterten Infinitiv mit tut. Aber das ist ein Thema für ein anderes Telekolleg. Der sogenannte Börde-Einheits-Akkusativ äußert sich im Magdeburgischen darin, dass der Magdeburger immer mich sagt. Auch wenn es richtig ist. Immer mich. Immer mich. Weil es gibt doch eine Situation, da sagen wir, Magdeburg und Umland auch mal mir. Aber ansonsten immer mich. Immer mich. Konsequent mich. Ganz quen sekund. Immer mich. Immer mich. Egal worum es geht, immer mich. Auch wenn ich jetzt in Korstadt mich so einen schönen Pullover kaufen tue. Das machen Sie. Ja, da achte ich darauf, dass der aus einem ganz besonderen Stoff sein tut. Ach. Und zwar aus Kaschmich. Ja. Und bei dem Autokauf bin ich auch ein Fuchs. Weil da sage ich zu dem Autoverkäufer, das Auto bezahle ich Sie. Aber die Reifens tue ich Sie nicht bezahlen. Weil da steht doch drauf, die Reifens. Die habe ich Michelin. Und in welcher Situation sagen Sie mal nicht mich? In ne volle Kneipe. Warum? Ja, da stelle ich mich auf den Tisch und sage ganz laut, die nächste Saalrunde, die geht auf mir. Und dann gibt es immer einen Vollpfosten, der den reinrufen tut. Auf mich? Sag ich, bitte. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.